kraftstofftank ist ja wir fahren rechts und dann kommen wir da unten lang siehst du nicht meine spur die ich da lang und da war ja links die verdeckung von mir wo ich denn zu euch gekommen la 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 wird am strand da kommst du nicht weiter doch unten am strand lang ich wundere mich hier steht hinter mir jetzt habe ich schon wieder schaden weil du mich gebumst hat alte sau okay aber das ist schaden wo ich noch mit leben kann ich meine am strand sind wir heute schon mal lang geknallt heilige scheiße ja wir sind ja heute schon mal lang gefahren meine ich ja ja ich bin jetzt schon mal lang gefahren wo ich dachte ich folge euch unauffällig ja neben dir genau ihr seid genau nebeneinander und ich bin dahinter rechts wir fahren auch noch rechts ja das weiß ich werde weiter nach rechts jetzt wasser war nicht so ein krawall krappenhalten winterschlaf oh ja 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 du wirst ja see krank hey alter du bist aus frise du darfst alles noch nicht see krank werden und da hinten fahr ich jetzt nicht lang ich fahr hier vorne lang genau ja Oder hier siehst du den Wald auch von Leiderbäumen nicht. Wobei, da oben ist die Straße. Da kommen wir aber nicht durch. Warum nicht? Ich denke, Ecki ist den Weg schon mal gefahren. Ja, ich. Aber Markus ist vor mir. Jetzt passt. Fahren. Ja, die Bäume machen Platz. Glaube ich. Ich häng voll drin. Nee, fahren. Warte, ich fiebe. Oh, warte, warte, bleib mal oben stehen. Ich muss es runde drehen. Ja, brauchst du nicht. Ich muss es anhalten, weil der Anhänger sicher ist. Ach, schon wieder. Bevor er weg ist. Und hier oben geht es nämlich gleich eine scharfe Kurve rum. Müsste aufpassen. Ich glaube jetzt erstmal stehen, dass Ecki seinen Anhänger wieder kriegt. Ja, ich mache hier oben mal die Kurve frei, dass sie hier rumkommt. Und alles ist gut. Weiße, der ist rechts runtergerutscht. Fuck. Aber der Punkt ist da, aber der fehlt aber nur ein kleines Stück. Ich schalte mich nicht. Ich schalte mich nicht. recht will ich hoffen ne, kriege ich nicht an, Jan ja, dann lass es stehen und ich kann ihn auch nicht schieben, weil ich den da nicht sehe, weil er für mich durchsichtig ist ich bin schon wieder für den Krawall warte mal, ich hab ihn, glaube ich soll ich noch ein Stück zurückfahrt? oh, ich sehe ihn wieder, ja, ich sehe ihn wieder, er ist für mich wieder sichtbar ich bin bei der Holzbode ihr müsst gleich oben scharf rechts und unten dann gleich wieder scharf links wo bist du durchgefahren? Scheiße rechts rechts wissen die beiden Bäume passt auch links durch, ist egal wo ne, ich hänge da drin oh man scheiße was denn ich komm durch die Bäume nicht durch vollgas mach ich ja ja so vier Ladungspunkte haben wir schau mal ehrlich, nimm die Winde und zieh dich hoch ja, ich bin schon draußen ich hab ihn wie ne Wurst rausgedrückt jawoll wie weit bist du vollfahrt noch da oben? wie weit bist du vollfahrt noch da oben? bist du jetzt hier direkt um die Ecke drum? ja scharf rechts, scharf links und dann immer der Straße nach vier von acht so jetzt bin ich hier und jetzt wir müssen uns mal gucken wo ihr seid ne, hier kann man ja nur der Straße nach und dann durch das Wasserloch durch, ne? weil ich seh euch nicht mehr, weil ihr nicht wartet jetzt seh ich euch wunderschön bevor wir brennen wir sind am Ziel, ne? ja, wir können doch mal Holz holen oder wollen wir eine andere Karte fahren? wir können doch mal eine andere was weiß ich hier? hier Flüsseüberquerung oder so ein Scheiß wir können eigentlich auch die eine fahren, die ich hier fahren bin mit dem blauen Karren die haben nämlich auch Winde ja da wo du einmal rings rumfahren musst, weißt du, wie überall Wasser und Moor ist ja na gut ihr Lieben, und dann machen wir jetzt hier erstmal einen Abschluss weil wir jetzt eine andere Karte anfangen wollen und ich danke euch fürs Zuschauen und super viel Spaß tschüss tschüss